Die Dresdner Eislöwen werden präsentiert von Vimodrom, der starke Partner für ihre Gesundheit. Hi, ich bin Mike Schmitz. Das hier ist 10 Fragen, 10 Antworten und jetzt geht's los. Eishockey bedeutet für mich? Eishockey bedeutet für mich sehr viel, da das von klein auf mein liebstes, großes Hobby war und ich nun das Privileg habe, das zu meinem Beruf zu machen. Sommertraining macht oder ist? Nervig, aber auch wichtig, weil da die Grundlagen für die Saison gelegt werden. Bestellen oder selber kochen? Bestellen und bekochen lassen. Meine Lieblingsserie? Game of Thrones. Instagram Filter oder No Filter? No Filter, ungeschönte Wahrheit. Mein heimliches Talent? Heimliche Talente habe ich eigentlich nicht, alle Talente, die ich besitze, lege ich sofort da. Als Kind war ich Fan von? Borussia Mönchengladbach, immer noch. In der Kabine bin ich? Ruhig, aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, auch einer, der vorweg gehen kann. Das darf auf einer langen Auswärtsfahrt nicht fehlen? Ja, iPad mit genügend Serien drauf. Darauf freue ich mich am meisten? Auf die Stadt und natürlich die Fans, wenn sie dann hoffentlich bald wieder ins Stadion dürfen.